und nach meiner freunde und herzlich willkommen zu einer runde server games auf dem art server zusammen mit dem markt hallo und dem im objekt ich hab zwei waffen wo seid ihr ich mach mal schnell daraus weil kacke für pvp nein da ist einer nein komm lass ihn töten ich will seine waffe haben ok memo er kassiert einfach so hart ja halt stopp oh ja wusste ich nicht schuldigung halt stopp wir sollten uns jetzt mal langsam verhalt dich mal da ist noch eine eine ja hallo leute auch von mir natürlich sorry für meine stimme heute die ist ein bisschen abgeschwackt ja den holen wir uns als nächstes der hat schon in der letzten runde mitgespielt ja komm auf und ist schon von uns getötet bleibt nicht so lange im wasser ich glaube dadurch stirbt man irgendwann oh ja ja tötet mich ich hab noch jetzt trifft mich mit seinem angel sowieso nicht ich glaube ich werde mich mit seinem angel nicht treffen wenn ihr essen habt gibt es mir bitte weil mir fehlt schon viel hungerkohlen ich hab ich geb dir draußen kuchen push mich push mich push mich push mich ich bin doch schon an land ich hab ihn einmal geschlagen ich hab aber nur vier herzen ich hab ihn noch mal ich hab ihn getötet ich hab's anders er hatte essen ist hier runtergefallen ich will das essen haben ja hol mal ein bisschen genau mach gleich mal meinen shader wieder rein ich hoffe dadurch ich mach dann raus weil ich finde der stört warte mal da ist noch einer da unten ich hab das essen nicht bekommen ich hab was ich hab was wo ist der da unten hast du was bist du was hast du nichts wo seid ihr wir sind hoch den berg hoch seid ihr hier in den gang reingegangen ne 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 den berg hoch da ist ne kiste die guck ich kurz rein ist leer ok ich komm jetzt ok memo unbedingt essen wo bist du denn mario du rennst vor mir weg bleib stehen ja soll ich zu dir hallo hast du keine wachse doch doch hier ich komme jetzt nicht töten hallo so alter wir brauchen kisten ohne scheiß ja ich brauch essen ich kann nicht mehr schritten ja ich hab ne ich hab jetzt kein gegessen mehr ja toll ich kann nicht mehr sprinten dann lass sie bei der kiste bleiben weil weil ich hab hat jemand äh sieht jemanden den Dingskasten ich rege nicht mehr ich hab 3,5 herzen ja wir suchen die sind schon alle leer das problem ist wir haben ein bisschen gegammelt am spawn also alles essen bitte an mich spenden danke spendet ja spenden an dich ok alter wir haben einfach mal gar nichts ich seh schon das wird ein chaos hier da unten ist eine kiste komm vor allem wir spielen mein plex mit 24 leuten glaube ich da vorne ist einer und dann mit einem 3er team ja geil ich hab zwei ich hab zwei kürbiskuchen ja ich komme ich mir auch kommen ich bin hier unten in dem dorf ich bin hier unten in dem dorf ich bin hier unten in dem dorf drin da bist du ey ich hab dich gesehen grad brauchst du das von dem building her ja wo bist du dann bleibt da stehen ich bin hier hinten hier ist noch hier ist noch 4 hier ist richtig viel stuff drin alter kommt mal hier hinter wo bist du denn genau ja hier hier sag nochmal hier das ist wie der hier sagt ne memo ja das meinte ich hier das meinte ich hier das hab ich doch was erzählt dass er das immer sagt ok warte ich komm ach sehr gut brauchst du auch was memo neun ihr dürft nichts essen ja ich hab nur noch eine hungerkeule geh weg hier ach memo neun 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 もう jetzt volles leben sprint einfach über neun neun zufällig neun 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 Ich kann jetzt grad nicht zu euch stehen. Voll der Faker. Der ist hinter dir, der ist hinter dir, der ist hinter dir. Pass auf! Wow! Nie sterben, nie sterben, nie sterben, nie sterben. Ich hab es jetzt. Hab doch gesagt, der ist hinter dir. Du hast noch keine Zeit. Wir töten ihn. Ja. Wir töten ihn. Memo, geh lieber weg. Memo, geh lieber weg. Memo, geh lieber weg. Hier du Zigeuner, Alter. Hab dich gefickt, du Wensel. Gib mal das Essen. Fangen wir noch mal neu an. Ja, warte kurz, lass uns noch kurz das zu Ende. Ja, ich hab nicht so lange Zeit. Ja. Aber guck mal, wir sind grad voll am gut. Voll am gut, Alter. Was, wissen wir nicht? Jetzt kommt einfach raus, da. Memo, krieg ich ein bisschen Rüstung? Ich hab so geile Sachen. Ja, krieg ich. Ja, ja, du kriegst Rüstung. Ich krieg die Rüstung, weil du hast das Eisenschwert. Ich hab halt das... Memo, Memo kann ja die Aufnahme nehmen und Mario macht da nochmal eine für sich. Ja. Weil ich möchte eigentlich auch nehmen. Weil ich hab auch nicht so viel Zeit umgeben und ich müssen gleich auch noch Saints Row aufnehmen. Ich brauch nur noch einen Brustpanzer, dann passt das. Okay, dann... Jo, die war einfach voll die Kiste. Ich hab ein Boot. Also brauchst du, brauchst du Essen? Ähm. Jo, da. Jo, da lachs mal. Lächste Mal ein Spielersuchen. Aber warte, da kommt gleich das Ballkopf. Warte kurz. Können wir uns ja gönnen. SP Flasche. Auf jeden Fall, wir dürfen uns das natürlich gönnen. Kann man die verzaubern? Ich hab keine gute Brustplatte. Ich hab überhaupt keine Brustplatte. Ich hab überhaupt keine Brustplatte. Echt? Hast du Schuhe? Ja. Sieh doch lieber Gold an. Es gibt mehr. Stimmt, ja. Hier ist noch ein Bogen drin und noch zwei Schweinefleisch. Äh, zwei Hähnchen. Ja, läuft. Hä? Hier ist noch ein Bogen drin für dich. Falls du dann brauchst. Ich hab doch schon einen. Okay. Lass mal hier auf den Dropdach. Vielleicht krieg ich dann auch noch einen Eisenschaff. Das drop nicht, äh, muss nicht zu 100% sein, dass es da droppt. Ja. Hast du einen Kompass? Mhm. Ey, lass einfach. Gehst du suchen. Lass uns vergolden, wie ihr hier rauskommt. Voll viel Zeit. Ich zoome grad ein bisschen durch die Welt. Einzufinden. Ich hab jetzt einen, äh, Lederbrustplatte. Oh, er ist so dumm. Er schreibt Iron Sword. Warum, warum sagt er, dass er einen Eisenschert hat? Weil er auch richtig dumm ist. Ja. Ich würd das nicht verraten. Hm. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich egal, ob es verratet oder nicht. Ja. Weil, aber man kann hier eh nicht wegrennen. Man muss irgendwann mal gegen den kämpfen. Mhm. Das ist ja das Coole auch am Mindplex. Kann man nicht irgendwie rumkämpfen. Ja. Ja, und man kann auch nicht sagen, ja, ich hab nur ein Holzschwert, bitte lass mich. Also gegen den... Irgendwann musst du irgendwie... Ja, also gegen den Typen mit Eisenschwert würden wir auf jeden Fall ankommen, weil wir sind halt zu zweit gegen den. Würden wir locker schaffen. Was hast du denn jetzt für ein Schwert? Ein Holzschwert nur? Scheiße, ich dachte du hast ein Steinschwert. Mhm. Ah. Äh, warte, ich guck Koordinaten. Ja, ja, der hat da vorne. 47, ja, der da vorne. Teilen wir uns den, du, oder willst du den haben? Äh. Mal gucken, was da drin ist halt. Ich räum's einfach aus und dann teilen wir. Ja, ist 47. Hä? Ja, 47, 19, 54. Genau. Ist genau hier. Haben wir ja Glück gehabt. Seid ihr gerade bei der Kiste, oder was? Nö, der Luft kommt jetzt gleich runter. Ja. Läuft bei euch. Komm. Kann man eigentlich doch sterben, wenn man hier steht, so. Weiß ich nicht, probier's mal aus. Ne, lass ich mal lieber. Habt ihr inzwischen irgendwas Gutes? Da oben kommt's. Nö. Ohne die Kiste? Aber vielleicht gleich. Okay. Da kommt's. Das ist Kommensehen, ne? Ach, sech. Ins Gesicht gewickst. Wer macht auf? Ich. Wo sollen wir beide schon rein? Ja, Schwert. Boah! Ha! Gib mir das! Dann gib mir ein bisschen Rüstung und sowas da drin war. Was ist dir schwer? Ja, da waren die ja schwer drin. Loll! Gib mir die Brustplatte! Wieso, guck mal deine Rüstung an deine... Ja, okay. Ja, ist ein bisschen unfair, dann. Ich hab gar nichts Gutes. Ja, ja. Loll! Die Diaschwert, Alter. Einfach Diaschwert drin. Ihr Lacker. Oh, hast du was zu essen? Äh, gib mir mal meine Brustplatte. Ah, stimmt. Gib mir meine Brustplatte. Wie viel Rüst... Hast du eh jetzt... Hast du keine Kettenschuhe? Warte, ich hab... Hier, Kettenstiefel. Sie, Kettenstiefel, da! Kettenstiefel. Ich hab jetzt 5, äh, 5 Rüstungspunkte. 5? Jo. Ja, ich hab... Ich hab 5,5. Das ist ja nicht so ein Unterschied. Du musst auf... Das ist... Das ist in Ordnung. Hast du, hast du zu essen, du? Hast du, hast du zu essen? Ich hab schon gesehen. Zu essen. Ein Schweinefleisch. Da war einfach ein Diaschwert drin. Wie OP ist das denn? Ja, das freut mich nicht. Ich hab jetzt... Ja, aber vor allem in... In Mineplex und sowas ist ein Diaschwert richtig, richtig, richtig OP. Ich hätt jetzt... Da ist schon... Wenn du ein Eisenschwert hast, bist du schon der King, ne? Ja, ich hätt... Wenn du ein Diaschwert hast, dann bist du... Ich hätt jetzt so gedacht, äh, keine Ahnung, höchstens Eisenschwert und vielleicht ein Eisenteil, auf einmal ist da Diaschwert drin. Ja, normalerweise kommt da eigentlich nur ein Eisen... Eisenhose, Eisenhelden, Brustplatte... Oder halt ein Eisenschwert oder halt ne... Ja, lass mal... Oder halt ne Diamant-Axt. Das gibt's auch ganz häufig, aber... Ja, lass mal in die Mitte laufen wegen... Töten. Weil irgendwie dauert die... Oh, ne! Zehn Sekunden Stafford. Zehn Sekunden Stafford. Fuck, ich hab nicht... Ich... Ja, okay, ich hab eh Falles Herzen. Ich kann dir noch was essen. Da. Okay. Oh... So! Ja, und da meine Freunde. Ja, meine Freunde... Das kann jetzt unser Ende sein. Ich hab das Archacklet, ne? Einer hat... Einer hat ein Eisenschwert. Scheiße, ich hab irgendwas... Chofer Priester! Der Bucketit-Bull, was ist das? Scheiße. Ich hab irgendwas gekauft, Leute! Okay. Der Nächste. Irgendwas gekauft! Hat nur nen Goldschwert! Oh, aber er tät nicht gut! Und auch ich hab nur 15... Warte, lass mich recken! Wir rechen! Wir machen vier Racken. Äh, weißt du, lass mich ein paar Sachen nehmen. Okay. Ich brauche ein bisschen Rüstung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Gib mir mal die Schuhe, bitte. Ja, hab's die Schuhe. Kannst du mir die Eisenhose geben? Äh. Ich habe noch keine Eisenhose. Äh, okay. Ich auch. Leute, ich habe mein Schwert weggeworfen. Fuck. Tja. Das ist wieder. Aber ich habe das Arzt-Shicket, ne? Also, mache ich mit einem Bogen, bin ich da schon mit einem großen Vorteil gegen dich. Ich habe gar keinen. Oh, da ist schon ein Bogen. Aber ich habe... So, wir kämpfen. Ich habe gar keine Pfeile. Kannst du mir ein paar Pfeile geben? Ähm, bist du dumm? Warum? Du brauchst doch selber, wir gegen dich zu kämpfen. Ah, warte, ich habe gar keine. Ich habe selber keine. Ich habe jetzt so eine kleine Kuh, die heißt Mare zockt. Okay, warte. Ich brauche noch ein Herz. Wie viele Rüstungspunkte fehlen dir? Sei ehrlich. Ähm. Äh, lol. Sehr ehrlich, drei, ja? Ich bin dreieinhalb. Ja, passt. Ich habe dafür, dass die ja schwer. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, los, komm, los. Warte. Drei. Zwei. Eins. Ne ganz ne Liebe. Ja, komm hier hoch. Ja. Ja, fein. Du hast gesagt, du hast keine Pfeile. Lügner. Hä, nein. Lügner. Nein, stopp. Du hast gesagt, du hast keine Pfeile. Ja, trotzdem, das ist... Das gehört zum BVP. Lügner. Ja, voll unfair. Ich schwöre, du hast gesagt, du hast keine Pfeile. Juhu! Nee, Memo, das war richtig unfair, Mann. Ja, ich gib's zu. Ja, aber ich hab nur einen Pfeil, das war nicht... Na, trotzdem, der eine Pfeil hat mit zwei Herzen abgezogen. Das setzt... Juhu! 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 Memo, das kann es nicht sein. Oh, scheiße, ich bin hier runtergefallen. Ja, aber du hast doch gesagt, man lügt im BVP. Nein, ich hab gesagt, man lügt in Gary's Mord. Äh, okay. Ja, dann war's das mit der Runde. Memo ist ein unfairer Hachensan. Merkt euch das, abonniert ihn nicht, gebt einen Daumen runter. Ich hasse ihn. Auf jeden Fall. Voll der Blödmann. Geht auf seinen Test und tated ihn die ganze Zeit, stups ihn an, dass er... Und richtig hochgepusht, Alter. ...dass er ein hochgepushter Hohrensohn ist. Und, äh, ja, ich würd sagen, wenn ihr mehr so wollt, abonniert nicht Memo, aber abonniert nicht. Und Mario fährt ja auch abonniert, der ist korrekt. Aber Memo ist voll der Hund, wisst ihr ja. Und, äh, ja, äh, also... Ich finde sogar Memo lustig. Ja, ich würd sagen, tschüss. Ciao.